Hallo und herzlich willkommen zu Rocket League. Hier dabei ist wieder da Fokus. Hallihallo. Und der Start ist schon mal gut. Mein Controller funktioniert nicht. Doch jetzt. Okay, nice. Ich musste gerade eine Zeit lang mit meiner ersten Tour fahren. So, und das erste Tour. Nee? Nee, nee. Schade. Vor allem, ich habe gerade meine Anmoderation top gedrückt, weil ich deinen Namen vergessen hatte. Danke schön. Jedes Mal. Gut. Nimmst du den Boost? Ich habe den Boost sogar schon. Okay, sehr schön. Ich bin unterwegs. Ja, kannst du den hoch in die Mitte? Ah, geht nicht. Jetzt. Kannst du den nehmen? Ah, mach du! Ah, fuck, bin da neben mir. Ja, der ist drin. Nee, der ist nicht drin. Guck mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und, und. Die Gegner benutzen den Voice Chat, nice. Ich höre sie aber nicht. Ja? Ich schon. Ja, ich habe es halt ultra leise. Okay, zuerst hat er gesagt, für alle Zuschauer, Yo, Team Rider! Und dann... Oh. Bitte piepst du es dann raus. Dankeschön. Muss ich auch noch was rauspiepsen? Das ist ja schlimm. Ach nee, ich muss ja mittlerweile eh meine Videos schneiden. Jetzt bin ich, jetzt bin ich nicht mehr so faul wie früher. Früher hätte ich ja einfach hier zwei Runden, sogar mit dieser Warteladezeit da hochgeladen. Aber hier ab dem ersten ersten... Ne, früher bitte. Ja, aber wieso? Ja, weil letztes Jahr nicht am 1.1. Dann hättest du aber jetzt schon mal gelogen, weil du hättest vorher schneiden müssen. Ach egal. Wieso? Ab dem ersten ersten geht es für die Zuschauer mit super geschnittenen Videos los. Mhm. So haben wir jetzt hier ein paar Tage Zeit zum Vorproduzieren und meine Grafikkarte kommt noch, so damit die ja die besten Videos liefern können. Genau. Genau, deswegen... Hab ich... Unter. Sehr schön. Nice. Boah, ich finde mein Profibild immer noch so geil. Ja, das guckst du mir gerade an. Ich hab immer noch meinen Standard-Fokus drin. Du musst es auch mal nachändern. Aber ich hab halt keine Lösung. Ja. Du hast deine Figur per Blender gemacht, oder? Yes. Und dann einfach in 2D-Fiction gemacht. Ja, halt gerendert. Und zwar die ganze Nacht lang, weil ich eine Auflösung von 8K gerendert hab. Cool. Ja, das war dumm. Ich hätte halt auch 800, also ich hätte das 10-fache weniger nehmen können. Sagt man das so, dass 10 von... Ach du Scheiße. Lol. Oh, nee. Jo. Oh, voll. Dup, 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 dup. Hab ihn. Oh, fuck. Sorry. Hab ihn. Ja, guck dir das an. Hab ihn. Wie heißen die Gegner? Elm Punch und Elm Kick? Okay, das sind Leute, die zusammen spielen. Ja, wahrscheinlich... Ja, die spielen zusammen. Das ist ja... Das ist das grüne Symbol, das da. Wahrscheinlich höre sie sich auch ApoRed an. Ne. Ne, das macht niemand. Das sind alles Millionen Bots. Hey! Ich dachte mir nur so, Alter, was ist hier los? Das ist ein Joke, oder? Gut, gut, die waren 13, 14, aber das war echt brutal. Das ist aber trotzdem... Das kannst du doch nicht Musik nennen. Kannst nicht, aber... Weiß ich wie das... Bei den Jungs... Wir sollten uns mal aufs Spiel konzentrieren. Wir sollten mal wieder zwei Tore machen. Es ist sogar ranked. Ich bin nicht. Okay, los. Dein Job. Mate, du bist auf Karoum gestanden. Bin ich nicht. Bist du. Ich hab mich einfach in die Luft gesprengt. Ich hab... Ich stand die ganze Zeit hinter dir. Du standest bei mir auf Karoum. Ja, ich wollte auch warten, dass... Der Typ mir den Ding gibt. So. Okay. Ähm... Ich weiß nicht wieder... Das war ein super Versuch. Ja. Ich find's ja cool, wie du alles siehst. Mach du was, Mate. Ich glaub echt, ich spiel mit nem Bot. Ey, du wolltest ranked spielen, nicht ich. Das war aber sowas von deine Idee. Nein. Doch. Jetzt müsstest du OR machen. Ja, jetzt hast du's verkackt. Äh, mach du. Das war Ablenkung. Äh, nein. Das ist ne halbe Sekunde. Das ist... Offenbruchstag. Wir haben noch ne Minute. Hallo. Zack, 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 zack. Zwei Tore. Da fliege ich schon so schön und der nimmt mir weg. Komm jetzt schnell nach vorne. Wir brauchen Tore. Ja, ich bin unterwegs. Er schubst mich. Mach was. Tor. Nice. Ein Tor noch. Go, 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 go. Wow. Ladies and gentlemen. We are back. The game. Yeah. Hey. Easy. Du gehst rein, ich bleib hinten. Ich geh rein. Hol dir schnell den Boost. Nee, nee. War ich nicht. War ich ein? Weil ich hol jetzt den hier. Ja, den wollt ich mir grad holen. Weiß. Und jetzt geh ich nach hinten. Wow. War ich holen? Jetzt holst du ja hinten noch den Boost, oder? Nee. Nee, vor. Das wird vor. Nee, nee. Oh ja, der kriegt den nicht. Er kriegt den nicht. Er kriegt den nicht. Er hat den Boost. Er hat den! Er hat den! Er hat den! Er hat noch einen Boost. Ja, 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 ja. Nein. 30 Sekunden, mate. Das ist dumm. Du musst uns jetzt retten. Gut gerettet. Gut gerettet. Danke. Du bist so leid. Ich hab noch zwei Tore. 30 Sekunden, zwei Tore. Jetzt machst du einen Anschlag-Tor. Okay? Anschlag-Tor. Soll ich mich hoch springen, oder was? Oh, das mach ich ja. Fuck. Ja, dann spring dich hoch. Los. Du musst nach vorne rum. Ja, stimmt. Komm, 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 komm. Einfach rein pushen. Ja, los. Push, 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 push. Rush B. Rush B. Rush B. Goal. Rush B. Mitte. Oh, ja. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Ich kann doch nicht. Ja, mach trotzdem. Nein. Doch. Du musst den Ball genießen, wenn er noch so hart ist. Den genießen? Soll ich ihn essen, oder was? Ja, das war's. Nee, das war's noch nicht. Der kommt. Der kommt. Ja, das war's. Da ist er noch. GG. Nee. War kein GG. Doch, doch. Immer GG. Welcher Typ hatte die D-Rank zu spielen? Jetzt verliere ich meinen Rang. Ah, ich hab gar keinen. Ey. Normal würde ich mich jetzt drüber lustig machen, dass ich mit einem Unrank gespielt habe. Aber du schläfst über mir. Nee, wir stehen beide auf. Ja, aber trotzdem. Jetzt kann ich mich nicht drüber lustig machen. Egal. Zweite Runde. Bis gleich. Diesmal spielen wir Körbe. Weiter geht's. Runde zwei. Ich hab gleich Lust. Ist etwas, das schneide ich raus. Man kann sich doch... Ich musste meine Stimme vorbereiten auf die nächste Runde. Das würde ich jetzt drin lassen. Nee. Okay, okay. Das klang amüsant. So. Ähm. Kobe. Oh, nee. Stimmt. Ist der nochmal Kobe Bryant? Oder... Was? Keine Ahnung. Mit Real Life Zeug kenn ich mich nicht aus. Was? Frag mich über Games. Ich kann dir alles sagen. Aber hier Real Life? Nee. Das ist... Unnötig. Oh komm, ich mach jetzt ein Tor. Guck der's an. Oh, geil. Der geht rein. Der ist safe drin. Der ist drinne. Okay. Der ist drin. Der geht sogar auf unser Tor. Aber... Okay. Man merkt, wir sind ein bisschen ruhiger jetzt. Das liegt ganz einfach dran. Jetzt wenigstens noch ne Runde gewinnen. Nein, wenigstens eine. Ja, stimmt. Stimmt. Komm der ist drin. Komm der ist drin. Du bist schlecht. Aber... Müssen wir wirklich gewinnen? Oder... Wir haben ja die letzte... Wir haben die erste Aufnahme. Zwei gewonnen und eins verloren. Das ist eigentlich schon mal super. Wir gewinnen. Der kommt geil. 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 Ja, der kommt tatsächlich geil. Und er versaut ihn. Ja, weil es meine Basketball steht. Ey, in real life in Basketball bin ich eigentlich so gut, weil ich halt... Ich bin... Riesig. Sagen wir's so. Und... Was ist denn deine Körpergröße? 1,88. 88? Ja, 88. Ist was? Das ist halt wirklich die Körpergröße. Übergröße. Das ist jeden, den ich... Jeder, der danach fragt. Lacht dann wegen der 88. Komplett... Alle Deutschen oder Österreicher sind... Nazis. Oder Schweizer. Oder Schweizer. Genau. Österreicher, weil das... Österreicher auch gestern gesa... Vorgestern? Grüße an Lukas. Grüße an Lukas. Sagen wir's so. Wenn er zuschaut, Grüße an Lukas. Hi Lukas. Du bist ein... Faggot. Ich hab mal reinbeleiden. Keine Ahnung, wer das ist. Ist ein Faggot. Ja, der ist doch in einem anderen TS. Kann ich dir gleich mal vorstellen. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch. Okay, aber bitte noch vor der Beleidigung. Dankeschön. Alter. Wow. Der war nice. Ja, predict damit der jetzt reingeht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich warte. Ich warte. Oh. Guter Schuss. Warte. Das war kein Schuss. Das war ein Balladiner. Achso. Guck dir den jetzt an. Warte. 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 Guck dir den an. Boah. Guter Schuss. Gut gemacht. Ups. Nein. Ich brauche Boost. Ich brauche auch Boost. Nein. Ich brauche Boost. Wesen an. Stoß jetzt an. Gott. Okay. Ich wollte gerade sagen Gott gleich, aber. Ich bin zu blöd. Oh, ist gerade fast ein Core geworden. Ah. Ah. Mate. Hilfe. Okay. Oh. Ich hätte ihn aber noch gehabt. Ich hätte echt gedacht, er geht rein. Nee. Für mich spielen. Wir haben noch nicht mal einen Skill dazu. Achso. Ja, stimmt. Guck dir. Ich schieße einfach gegen das Netz und es breit ab. Genau. Alter. Ich fahr hier einfach nur im Kreis rum. Ein Ball. Oh. Jetzt komm. Ich schieße ihn rein. Okay. Oh. Zu stark. Schade. Ah, ja. Aber ich habe einen Vorschuss bekommen. Oh, den mache ich. Der wird geil. Der wird. Danke. Einfach nur Danke. Danke Merkel. Danke Merkel. Genau. Guck mal. Das war, dass du so ein Tor machen kannst. Ja. So ein Tor. Danke Merkel. Und, 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 und. Oh, fuck. Machst du? Boah, sehr schön. Das war. Besser hätte ich das nicht machen können. Wieso schießen die Gegner eigentlich immer in deren Richtung lieber? Ich schieße mal von so in Richtung, gell? Ich schieße dich weg. Irgendwie verwirren mir die Gegner, glaube ich. Boah. Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist nicht. Aber der ist voll immer geil. Guck dir das an. Nice. Rückkehrt. Als ob. Oh. Oh, snap. Erstmal. Bam. Bam. Ich habe gerade wirklich gedappt. Was? Ich habe gerade wirklich traurigerweise gedappt. Oh Gott. Oh Gott. Easy. Bei 370 Stunden easy. Ja. Ich muss halt carry'n. Ja. Du sagst ja, wir wollen gewinnen. Ich meine, ich habe 1700 Stunden in Counter-Strike, das ist halt 1400 Stunden. Und ich habe 1500 Stunden in Battlefield 3. 1500 Stunden? Ja, ich bin das höchste Level, hallo. Ich checke einfach alles. Also damals hätte ich alles gereckt. Mittlerweile bin ich wieder, als ob ich ein Bot-Spiel wäre. Außen 500 Stunden? Zu meiner Bestzeit halt, keine Ahnung, 8 Stunden täglich Metro. Und dann halt immer mit Leuten aus dem TS und 50-0. Wir haben uns aufgeregt, wenn wir schlechter als 50-0 waren, zu meiner Top-Zeit. Nacht. Also, das war geil damals. Und jetzt, jetzt spiele ich Rocket League mit einem Noob. Spaß. Aber wahr. Komm erst mal auf eigene Tor schießen. Und einer, der eigene Tor macht. Ja, das hatte ich echt grad vor. Wenn ich einen Tor schießen könnte. Oh, hoch, 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 hoch. Ja, du bist der größte Bot. Also, wenn ihr einen Bot sucht, geht auf seinen Kanal und gönnt euch dieses Gameplay. Vielleicht hat er aber auch manchmal gute Momente. Ihr müsst es euch ja wohl mal angucken. Wir sehen uns in Runde 3. Oh. Bye-bye. Willkommen in der dritten Runde. Wir spielen jetzt Wumble. Falls ihr das nicht kennt, unser Bot fährt nicht los. Lol, der ist halt AFK, unser Mate. PS4. Äh, genau. Hier kriegt man alle 10 Sekunden ein Item, mit dem man die Gegner nerven kann. So wie hier, der hat mich grad getreten. Ich könnte jetzt auch Gegner treten. Ja? Ich habe jetzt einen Spielmodus noch nie gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Achso. Also musst du R drücken, dann kannst du es aktivieren, die Items. Ja, R. Ja, genau. Und rechts. Oh. Ja, also ich weiß aber, wo ich es aktivieren muss. Genau. Der linke Stick. Dankrad. Oh, was ist denn das? Oh, jetzt habe ich mich teleportiert. Ja, genau. Das war mit Gegner teleportieren. Ich kenne das ja nur vom GLP. Ähm, selbst gespielt halt noch nie. Er friert halt einfach. Oh, ich habe Spikes. Aber ich habe keinen, ich komme dort nicht hoch. Ich, oh ja. Nein. Ich, ich, jetzt haben wir es beide. Nein. Wie zwei einfach auf dem Rücken gegen der Igel. Ähm, der ist nicht. Das war knapp. Ja. Aber Gottesfaust ist so eine Vergnung. Ja, dann hast du viel mehr Druck. So, als ob du, keine Ahnung. Nee, ich, ich wollte gerade was wieder mit Klo sagen. Das ist aber dumm. Also dann, dann hast du so richtig harte Bälle und Gegner, die gegen dich fahren. Die sterben auf. Ich habe ein paar harte Bälle. Gehört. Jetzt habe ich auch Gottesfaust. Oh, ich werde wegge... Nice. Ich wurde zum Ball getreten und drehe mich. Scheiße. Oh, ich habe wieder Spikes. Oh, das ist einfach das Beste, wenn du es richtig einsetzt. Nicht so wie ich vorhin. Das war ein guter Versuch. Dankeschön. Meinst du jetzt Dankeschön für den Versuch oder dafür, dass ich dich weggetreten habe? Nein. Oh Gott, das geht wieder auf unser... Gut, dass die es eingefroren haben. Oh. Er trifft ihn. Wieso trifft er ihn? Oh, nice. Der hat Spikes. Oh. Oh. Mann, ich wollte noch die Gottesfaust ausnutzen. Schade. Mann, ich bin gerade richtig ruhig, weil ich voll konzentriert bin. Ja, irgendwie. Weil ich erstmal gucken muss. Boah, warte. Dem ruhig. Nice. Ich habe Spikes. Die Sache ist halt, du darfst die Spikes nicht unter deinen Rädern bekommen, weil sonst kannst du nicht mehr fahren. Ich habe es vorhin mitbekommen. Als ich einfach auf dem gelandet bin mit Spikes. Ja, das ist ultra nervig. Aber wenn es halt nur halb an der Seite... Oh, scheiße. Hat er das Magnet. Was? Magnet? Ja, hat er das Magnet. Okay. Bitte, ich habe die Faust. Faust. Mitte? Oh. War der krass. Easy. Das war so predicted. Alter, ich dachte zuerst, boah, ist das ein geiles Tor. Dann habe ich erst rausgefunden, dass ich mich in meinem Team ist. Bei unserem. Krasser Typ. Team Rider hat das so gemacht. Klar. Wer sonst? Ich gehe übrigens ran, meine Damen und Herren. Was? Wir spielen was? Ich gehe übrigens ran, meine Damen und Herren. Ich habe halt sowas verstanden, wie wir spielen ran oder so. Wow. Wow. Gute Ohren. Oh, ich habe eine Idee. Ich kann den Gegner jetzt wegboosten. Und... Bam! Jetzt hat er einen Boost. Und es kann er halt nicht steuern, deswegen ist das mega kacke. Ja, das habe ich schon auch schon genutzt. Ich habe noch vier Sekunden bis das nächste Item kommt. Und ich habe... Oh, ich habe einen Stöpsel. Was macht der noch mal? Einen Stöpsel? Damit kannst du ihn so... Genau. Oh. Aber dann habe ich ihn jedenfalls eingestellt. Oh, jetzt kann ich den Ball boxen. Das wird nice. Und bam! Oh, okay. So viel zu, es wird nice. Okay, warte. Ich habe... Fünf Sekunden. Oh, wirbelst du. Der hat früher mal nicht funktioniert. Also so wie er jetzt funktioniert. Was macht denn der jetzt genau? Oh. Falsches Item. Ähm. Damit kannst du halt die Gegner durch die Gegend wirbeln. Und den Ball auch? Ja. Früher konntest du glaube ich nur die Gegner durchwirbeln. Aber der Ball halb... Also... Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde da was verändert, glaube. Ich habe die Ball aus der Seine eingefroren. Ähm. Du verwirrst mich. Oh ja. Der... Der ist... Okay. Zwei Sekunden. Item. Oh Magnet. Ja. Ja. Och man. Komm her. Komm her. Wieso? Ich finde der Magnet hat ein bisschen zu wenig Reichweite. Also bisschen mehr wäre geil. Ja gut. Aber er ist auch echt stark. Muss man dazu sagen. Ja. Also nicht wenn man so steht wie ich. Oh ja. Oh. Hast du... Der wäre glaube ich drin gewesen. Hätte der unser Mate nicht nochmal gedingst. Also das waren ja gerade zwei Fäuste die in die Luft gegangen sind. Wann ist zwei Fäuste? Ja. Einmal von unserer Mate und einmal meine. Und ich glaube. Es könnte sein dass meine reingegangen wäre. Ohne ihn. Aber wer weiß. Weiß man ja nicht im Nachhinein. Äh. Ich weiß nicht was das ist. Äh. Wie geil ich das mal gemacht habe. Okay. Also Gottes Faust und das grüne Ding. Das ist einfach die geilste Kombi. Geh geh. Wir haben schon gewonnen. Das waren fünf Minuten. Das ging aber ganz schön schnell vor. Äh. Vorüber. Ich könnte nicht sprechen. Ähm. Ja. Das war eine schnelle Runde. Aber auch echt anstrengend. Also ich muss mich echt übel konzentrieren. Ja. Das waren alle. Wegen den Items halt. Egal. Ich hoffe ihr habt es enjoyed. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich rede aus Versehen Englisch. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020